Eine ganz beliebte Frage, ist die Sondertilgung sinnvoll? Ja, grundsätzlich sind Sondertilgungen sinnvoll, natürlich, wenn Sie sie wirklich regelmäßig machen und nicht einfach nur sagen, ja, ich habe die Möglichkeit zu sondertilgen. Wenn Sie wissen, dass das ganz schwierig wird und dass Sie kaum die Möglichkeit haben, dann eine ganz klare Empfehlung, suchen Sie sich eine Bank, die Ihnen einen Zinsrabatt gibt, wenn Sie auf dieses Sondertilgungsrecht verzichten. Noch ein Hinweis, ich habe ein tolles Video, wo ich innerhalb eines Seminars mal errechnet habe, was Sie dieses kostenlose Sondertilgungsrecht tatsächlich kostet, wenn Sie es nicht nutzen. Verweis ist unten in den Kommentaren bzw. wir blenden hier einen Link ein zu dem Video. Was Sie die Sondertilgung kostet, wenn Sie es nicht nutzen. Sondertilgungsrecht 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 Sondertilgungsrecht